Moin Leute, ich bin's der Influenz und heute ist Laden bei Theo, sprich ich muss Sachen zusammenpacken und sowas und äh, naja, eigentlich hab ich gedacht, ich nehm mein Handy, sprich die Kamera, das hab ich so oder so mit und ich dachte, ich mach da nebenbei so ein bisschen Aufnahmen, so um das ganze Feeling einfach ein bisschen einzufangen und euch zu zeigen, was da so abgeht, aber jetzt erstmal muss ich packen, den PC vorbereiten, bla 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 und ich dachte, ich zeig euch das mal. Und los. So, erstmal hier alles an Kabeln raus. So. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.